Wer das Schweigen bricht Von Mechthild Bormann Erschienen im Pendragon Verlag Bielefeld Hörbuch realisiert von Readbox Audio Gelesen von Matthias Hofer Kapitel 1 12. November 1997 Wie still! War es hier immer so still gewesen? Robert Lupisch stand am Fenster und sah hinaus in den Garten. Am Ende des weitläufigen Grundstücks Schimmerten die hohen Douglas-Tannen Fast blau vor einem milchigen Himmel. Frühnebel lag wie gezupfte Watte auf dem Rasen, Waberte um die Rhododendronbüsche Und den Sockel der lebensgroßen marmornen Diana, Die wehrhaft mit einem Bogen in der Hand fror. Immer hatte sie so gefroren. Nur manchmal, wenn im Sommer Die Mittagssonne senkrecht in den Garten fiel, Hatte der Stein golden und warm geschimmert. Er erinnerte sich noch an den Tag, An dem sie aufgestellt worden war. Ein Teil des Gartenzaunes musste abgerissen werden, Damit der Lastwagen in den Garten fahren konnte. Er war elf oder zwölf Jahre alt gewesen. Ihr Gewand ließ die rechte Brust frei Und in den ersten Wochen, Immer wenn er sich unbeobachtet glaubte, Stieg er auf den Sockel Und fuhr mit den Fingern über die perfekt modellierte Brustwarze. Die kleinen Unebenheiten und die glatte, kühle Kuppe unter den Fingerspitzen Hatten seine ersten sexuellen Fantasien angeregt. Er stellte sich Diana in seinem kleinen Garten in Hamburg vor, Eingepfercht zwischen Terrasse und der Hecke zum Nachbargrundstück. Er lächelte. Zu groß, so war es mit allem, Was er mit seinem Vater verbannt. Alles war ihm, Robert, immer zu groß vorgekommen. Die Gesten, das Haus, die Feste, die Reden, Die Ansprüche und Erwartungen. sch Gear und Erwartungen Hinöter! Vielen Dank.